bewegungsverben des französischen gehen und hier ein typischer fehler zunächst soll heißen sie sind aus der stadt geflohen ist aber doch dem deutschen sehr stark nachgeahmt schauen wir mal wo die probleme hier liegen und wie wir das systematisieren können also das erste problem ist dass wir nicht zu den verben gehört die das passé-composé mit etre plus partizip bilden das ist nämlich nur eine ganz geringe anzahl ca 20 verben die man sich leicht merken kann die das tun und diese verben sind eben alle intransitiv das heißt sie haben nur ein subjekt normalerweise das ihnen voraus geht oder eine präpositionale angabe oder ergänzung die danach steht können aber eben häufig auch allein stehen oder nur mit einem adverb il est mort il est mort subitement oder so il est mort à paris das sind alles beliebige ergänzungen dann die man hinzufügen kann also zu diesen 20 verben die man sich merken muss gehören eben advenir, aller, apparaitre, reaparaitre, arriver, décéder, devenir, redevenir, intervenir, mourir, netre, repartir, partir, parvenir, provenir, rester, survenir und revenir und das war es auch schon das sind die verben die immer mit etre stehen und dann gibt es noch eine reihe von verben die je nach konstruktion mit etre oder avoir stehen nämlich dann wenn sie intransitiv gebraucht werden also nehmen wir mal rentrer il est rentré, il est rentré à la maison, er ist nach hause gekommen, intransitiver gebrauch da steht also rentrer mit etre dann haben wir aber auch den transitiven gebrauch il est rentré la voiture au garage also im transitiven gebrauch etwas in etwas hineinbringen in diesem Fall hineinfahren da haben wir dann avoir und die übersetzungen können hier natürlich sehr vielfältig sein dissendre kann hinunter gehen, hinunter rennen, hinunter fliegen und so weiter heißen und dann gibt es noch einige verben die haben être und avoir in der gleichen konstruktion da kann man also nichts falsch machen deswegen muss man sie die sich eigentlich auch nicht unbedingt merken accourir zum beispiel da kann man ebenso gut sagen bol accouru oder bol aircouru beides ist gleich gut an unserem beispielsatz lässt sich auch noch eine ein anderer gegensatz zum deutschen demonstrieren isophila ville heißt ja im deutschen sie sind aus der stadt geflüchtet und da haben wir eine regelmäßige korrespondenz zwischen deutsch und französisch nämlich ein präpositional verb sozusagen oder ein verb das mit einer präpositional phrase konstruiert wird aus der stadt ergibt im französischen dann eben ein direktes objekt weil hier ein transitives verb steht ich habe hier mal einige der typischen verbarten aufgelistet wir beginnen die die eben diese korrespondenz aufweisen beginnen mit den bewegungsverben ergreift nach der klinke oder nach seiner waffe nach einem stein nach dem telefon entspricht jeweils im französischen anderen verben aber alle haben gemeinsam dass die eben transitiv sind die stehen mit einem nom direkt nach dem verb mit einem accusativ objekt genauer gesagt ich saisi la coignée ich prends son arm ich attrappe une pierre ich décroche le telefon oder er winkte mit dem taschentuch ich agite le mouchoir der hund wackelt mit dem schwanz le chien agite la queue sie lutscht am daumen sie sind aus der stadt geflüchtet das ist der satz den wir schon kennen dann haben wir verschiedene äquivalente von envahir envahir ist eben auch quelque chose oder quelqu'un envahie quelque chose also allerdings mit sehr verschiedenen übersetzungen zum beispiel l'eau a envahi des rues entspricht dem deutschen das wasser drang in die straßen une tumeur a envahi son sein gauche entspricht ein tumor hatte sich in ihrer linken brust gebildet oder war in ihrer linken brust gewuchert und l'Allemagne a envahi la Pologne entspricht deutschland ist in polen einmarschiert und schließlich haben wir zum beispiel noch ein brechen bei mir wird eingebrochen heißt im französischen ich werde eingebrochen sozusagen also en cambriole ma maison zum beispiel j'ai été cambriolé deux fois typische konstruktion mit cambriolé eben das passiv aber das ist natürlich transitiv letztlich sie rieb an ihren augen hier mal ein reflexives verb wo sich noch mal das gleiche phänomen zeigt im deutschen reibt man sich an den augen im französischen reibt man sich die augen was im deutschen allerdings auch geht elle s'est frotté les yeux ein anderer verbtyp sind die kommunikationsverben da finden wir das gleiche phänomen ich habe nach einem taxi gewunken j'ai allé un taxi ich werde aus ich werde angepiepst on me bippe on va me bippe jemand wird ausgepfiffen jemand auspfeifen sifflet quelqu'un l'équipe d'angleterre a été copieusement sifflet à son entrée bei fuß der mann pfeift nach seinem hund gleiches verb l'homme siffle son chien er hat nach der krankenschwester geläutet il a sonné l'infirmière wenn beim lehrer krach herrscht sagt man chauter le prof ce prof est toujours chauter oder wir stimmen über den haushalt ab on vote le budget allerdings auch vote et contre vote et pour natürlich oder mit jemandem schimpft man la maîtresse gronde les enfants man hupt jemanden an partikel verb im deutschen on klaxon quelqu'un elle se fait klaxonner par les gross voitures man betet zu jemandem deutschen aber im französischen prier le bouddha prier dieu und auch gott anpflegen gott anrufen implore dieu invoquer dieu so viel für heute vielen dank fürs zuschauen für abonnenten bin ich dankbar abonnenten bin ich dankbar